Tagesordnungspunkt 83, Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen. Das ist Drucksache 20-3928. Die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass die Petition 0173 aus 20 getrennt abgestimmt werden soll. Ich lasse daher zunächst über diese Beschlussempfehlung 0173-20 abstimmen. Wer stimmt dieser zu? Das ist die Fraktion CDU, Bündnis 90 die Grünen, die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten, fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich lasse nun abstimmen über die restlichen Beschlussempfehlungen der Drucksache 20-3928. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? AfD, Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD, DIE LINKE, fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Und jetzt freue ich mich das zu aulden. Was für按 instructiere mich, den Representieren nicht nur zusammen und Und dann kann ich mich da auch kurz vor Gerigenous